Die Frage von heute ist, darf man Hatsch machen, also die Pilgerfahrt machen, wenn man noch nicht geheiratet hat? Es ist leider so, dass es viele Aussagen gibt, die verbreitet werden, die absoluter Schwachsinn sind, die mit der Realität des Islams nichts zu tun haben. Und gerade die Unwissensten verbreiten dann diese Aussagen mit völliger Gewissheit und völliger Überzeugung. Und dazu gehört das, was ich gerade gesagt habe. Es gibt manche Leute, die sagen, man darf keine Hatsch machen, wenn man noch nicht geheiratet hat. Das ist völliger Quatsch. Natürlich darf man Hatsch machen, wenn man noch nicht geheiratet hat. Es ist keine Bedingung, um Hatsch zu machen, zu heiraten. Es ist keine Bedingung. Die Frage ist aber, was mache ich, wenn ich Geld habe für die Hatsch und Geld habe für die Heirat? Was bevorzuge ich jetzt? Das heißt, ich habe eine bestimmte Summe, die brauche ich für die Heirat. Die brauche ich jetzt beispielsweise, um Mahr zu bezahlen. Und ich habe eine bestimmte Summe, die brauche ich für die Pilgerfahrt. Was mache ich jetzt zuerst? Und hier sagen die Gelehrten, dass die Heirat zu den alltäglichen Notwendigkeiten gehört. Wie beispielsweise Essen, Trinken und so weiter. Wenn du nicht genug Geld hast für dein Essen und dein Trinken, wenn du damit die Hatsch bezahlst, dann ist die Hatsch für dich in diesem Fall keine Pflicht. Denn wann ist die Hatsch Pflicht? Allah sagt. Und es ist Pflicht für die Menschen, für Allah die Pilgerfahrt zu verrichten, wer die Möglichkeiten dazu hat. Das heißt, wenn du kein Geld hast für die Pilgerfahrt, aufgrund deiner alltäglichen Ausgaben, die du brauchst, wie Essen, Trinken und dazu gehört auch die Heirat, dann ist es für dich keine Pflicht, die Hatsch zu machen. Und deswegen sagt man in diesem Fall, ist es für dich bevorzugt erstmal zu heiraten, auch nur aus einem anderen Grund. Denn die Heirat ist dazu da, um einen vor Sünden zu schützen in erster Linie. Gerade für jemanden, dem es schwerfällt, gerade für jemanden, dem es schwerfällt, das muss man hier auch nur unterscheiden, weil es gibt verschiedene Situationen bei der Heirat. Es gibt zum Beispiel Situationen, wo die Heirat Pflicht ist. Und es gibt Situationen, wo die Heirat Mustahab ist. Manche sagen sowieso, die Heirat ist Pflicht. Manche Gelehrte sagen sowieso, die Heirat ist Pflicht. Aber im Allgemeinen ist die Heirat Pflicht, wenn man Angst hat, ansonsten in Sinne reinzufallen, in Unzut reinzufallen. Denn der Mensch hat einen natürlichen Instinkt, eine natürliche Liebe für das andere Geschlecht. Und wenn er Angst hat, in die Sünde hineinzufallen, ist der Schutz für ihn, die Ehe. Die Ehe ist der natürliche Weg, diesen Instinkt, diese Gelüste, auf eine Art und Weise, die Hellel ist, die erlaubt ist, zu stillen. Seine Gelüste zu stillen, auf eine Art und Weise, die Hellel ist. Das heißt, in diesem Fall ist die Heirat für dich Pflicht. Und du hast keine andere Möglichkeit. Und du hast nicht das Geld, beides gleichzeitig zu machen. Also, bevorzugst du erstmal die Heirat. Bevorzugst du erstmal die Heirat. Weil das zu deinem täglichen Daruryat gehört. Das andere ist, warum gehst du zur Pilgerfahrt? Du gehst zur Pilgerfahrt, um dich von den Sünden zu reinigen. Und eine Säule des Islam zu erfüllen. Und deinen Iman zu stärken. Wenn du zur Pilgerfahrt gehst, und du kommst zurück, und bist schon verheiratet, hast du nicht die Fitna der Frauen so groß, wie wenn du nicht verheiratet bist. Und deswegen ist das beispielsweise gut, wenn man schon verheiratet ist, aber das ist absolut keine Bedingung. Wir hatten zum Beispiel jetzt bei der letzten Pilgerfahrt mindestens einen Bruder dabei gehabt, der zu mir gesagt hat, mach du A für mich, dass ich eine rechtschaffende Frau finde. Sollen wir jetzt sagen, ja, nee, nee, du darfst gar nicht mit zur Pilgerfahrt, weil du hast ja keine rechtschaffende, du hast noch nicht geheiratet, und es könnte sein, dass du danach in Sünden fällst. Das ist auch so ein Quatsch, der erzählt wird. Ja, wenn man danach, nach der Pilgerfahrt, Sünden macht, dann sind die Sünden doppelt so groß. Das ist alles so ein kultureller Quatsch, der mit der Religion des Islams nichts zu tun hat. Bringt uns eure Beweise, wenn ihr wahrhaftig seid. Das ist eigentlich der Weg der Selef, dass man diesen ganzen Schwachsinn, der erzählt wird, von der Religion rauswirft. Diesen ganzen Kulturquatsch, der mit der Religion nichts zu tun hat. Oh, nein, nein, du darfst nicht zur Hatsch gehen, weil wenn du zu Hatsch gefahren bist, und du machst danach eine Sünde, zählt die Sünde doppelt. Was passiert jetzt? Boah, der hat Angst zu Hatsch. Nee, nee, ich fahre besser nicht zu Hatsch. Nee, nee, ich fahre besser nicht zu Hatsch, sonst mache ich danach Sünden, dann zählen die Sünden doppelt. Nee, nee, ich fahre zu Hatsch, wenn ich 79 bin. Und dann stirbt er auf dem Weg. Also auf dem Weg, 79 zu werden. In dieser Zeit, dann hat seine Pflicht nicht erfüllt. Und es ist Pflicht für die Menschen, Allah gegenüber die Pilgerfahrt zu verrichten, für den, der die Möglichkeiten dazu hat. Das heißt, wenn du die Möglichkeiten dazu hast, das Geld dazu hast, gesund bist, dann ist es für dich Pflicht, dahin zu fahren, in diesem Moment. Und die stärkste Meinung ist, Al-Furr, sofort, wenn die Möglichkeit dazu kommt. Das heißt, wenn die Hatschmonate eintreffen. Und dass man es nicht noch in andere Jahre verschieben darf. Was einige Gelehrte sagen, wie der Shafi'itische, aber darum geht es ja nicht. Und dann die andere Sache ist, durch die Hatsch wird dein Iman gestärkt. Du sagst doch nicht, ja, ich mache die Hatsch lieber nicht, weil es könnte sein, dass ich danach Sünden mache. Vielleicht dadurch, du wirst sowieso Sünden machen. Jeder macht Sünden. Dann wäre ja die Hatsch eine Bestrafung. Hatsch zu machen wäre dann eine Bestrafung. Hatsch zu machen ist eine gottesdinnische Tat, durch die man einen Vorteil hat. Hättest ja durch die gottesdinnische Tat einen Nachteil, dass deine Sünden danach doppelt zählen. Das ist völliger Blödsinn. Und es ist auch völliger Blödsinn zu sagen, ich darf keine Hatsch machen, wenn ich noch nicht geheiratet habe. Natürlich. Aber wenn du die in der Situation bist, du hast auf der einen Seite hast du Ausgaben für deine weltlichen Notwendigkeiten, zu denen die Heirat gehört, und auf der anderen Seite hast du das Geld für die Hatsch. Was mache ich jetzt? Ich habe nur Geld für eine Sache, entweder Heirat oder Hatsch. dann in diesem Sinne bevorzugst du die Heirat, weil das zu deinen weltlichen Notwendigkeiten gehört, wie Essen und Trinken, und du dann nicht zu denen gehörst, für die es eine Pflicht ist in diesem Moment, weil du nicht das Geld dazu hast, dann für die Hatsch. Aber das ist nur ein Beispiel. Mir geht es eigentlich nicht nur um diese Situation, sondern mir geht es darum, hier in diesem Kurzvortrag, wie wir mit islamischem Wissen umgehen, dass wir keine Khurrafat, keine Legenden, keine Märchen über die Religion erzählen, sondern authentisches Wissen verbreiten sollen. Und man soll vorsichtig sein mit dem ganzen Schwachsinn, den man von irgendeiner Opa oder von irgendeinem Opa gehört hat. Hat er einen Beweis aus Koran und Sunnah dafür? Ich habe diesen Quatsch schon oft gehört. Ja, zu Hatsch fahren wir besser nicht, weil dann zählen danach die Sünden doppelt. Woher kommt dieses Märchen aus Tausend und Einer nach? Das ist völliger Blödsinn. Aber wenn du die Hatsch gemacht hast und stirbst, danach hast du eine Pflicht erfüllt. Aber wenn du stirbst und du hast geheiratet, was dann? Dann war die Hatsch keine Pflicht, wenn du kein Geld wegen der Heirat für die Hatsch hattest. Wenn du allerdings Geld für beides hast, was dann? Dann machst du beides. Weil dann ist die Hatsch ja Pflicht für dich. Aber wenn du in der Situation bist, wie gesagt, du kannst entweder du das Geld dafür ausgeben oder dafür, dann bevorzugs du Inshallah die Heirat. Wallahu alam. Aqolukau lihaada wa sdafiru ala liyaulakum wa li saha muslimin Subhanakaluma bihandika shalwa laila ilaha ilaha antasdafiru wa tubullik